auf holsteinische schweiz.de gibt es eine gpx datei namens mühentour zum download die man mit dem fahrrad dann abradeln kann leider haben wir von den zahlreichen mühlen nicht allzu viele gesehen aber der ausflug ist trotzdem sensationell cool wir fuhren dadurch eine herrliche landschaft mit vielen sehr 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 schön aus und anblicken